Ich schaue alle Informationen an. Schaut euch das an. Und wie gesagt, oben 70%, unten 50%. Oberzahl ist immer bitte höher. Ja, was ist das? Wenn ihr da anschaut, wie viel ist 100%? Wie? Da kann ich lesen. 100% ist wie viel? Bei einer Neigung nur Grad? 1.500. Na, das ist... 40%, 3.000. 3.000, habt ihr verstanden? Ja. Also mit einer Kette kann ich 3.000 wieder heben. Ich gehe immer von denen aus, das sind 50%, ich will 100%, das doppelte. Wir werden das rechnen, aber in der Praxis werden sie nie rechnen, bitte. Außer, das ist so geschliffen, irgendwo angekommen, du könntest nicht lesen, ja. Okay, ihr wisst das, oder wenn ihr das nicht lesen könnt, dann wisst ihr das, das ist 70%, das ist 50%, da könntest du hochrechnen, da könntest du hochrechnen. Ja? Das sind das Dinge...